Man kann damit auch einen Ball machen und wird dann immer größer, automatisch und dann kann man das richtig nehmen und weg tun. Okay. Jetzt nehmen Sie die Maske ab und hören Sie auch mit dem Scheiß, ja? Abnehmen! Und jetzt? Jetzt dürften Sie sich entkleiden? Ja, ich würde gerne jetzt noch mal auf den Augen legen. Ich denke, ihr seid bei den Gästen. Habt ihr jetzt Pause oder wie ist das? Ihr seid hier um Leistung zu bringen. Einer hat noch Probezeit. Ich glaube, du, Jugendfreund. Und in der Probezeit, dann macht man nicht mal einen Ausfallschritt. Dass man ja nicht auffällig wird. Weder positiv noch negativ. Benutzt eure Stimme? Ja? Ja. Ja. Ja? Der Fuchs schläft nicht. Er schlummert nur. Da wisst ihr Bescheid beim nächsten Mal. Aber egal, in welches Loch ihr euch verkriecht. Ich finde euch. Das ist aber wirklich keine hawaiianische Lattage mehr. Und jetzt kommt Ihr separated. Ich schlange den. Das ist aber wirklich keine Waffe. Ich mache dich kleinen DM für den Geheimen. Ich mache, wo ich weiß, was ich Hello? Ja, ich mache dich nicht. Ich mache mich. Ich mache dich. Ich mache mich.